Hi, mein Name ist Sabrina und heute möchte ich über die Rezeptur Leichtigkeit für Bi, Yiyiren Yautang, die laufende Nummer 63 aus meiner Yautang-Serie sprechen. Wie ihr dem Namen schon entnehmen könnt, es geht um das Bi-Syndrom, also steifen, schmerzhaften Gang, zur Diagnosestellung gleich genauer. Im zweiten Teil dann die Zusammensetzung der Rezeptur, welche Kaiser-Minister-Assistenten sind hier drin, übrigens kein Übermittler. Und dann am Schluss gebe ich euch Beispiele für Fütterungsempfehlungen. Legen wir los. Kommen wir also zur Diagnosestellung. Wir sind hier beim Bi-Syndrom und es geht um das feuchte Bi-Syndrom oder auch fixiertes Bi-Syndrom genannt. Das ist eine Phyllosymptomatik, wo von den drei pathogenen Faktoren Wind, Kälte, Feuchtigkeit, die beim Bi-Syndrom eine Rolle spielen, die Feuchtigkeit im Vordergrund steht. Und Feuchtigkeit führt vor allen Dingen zu Steifheit. Die Schmerzsymptomatik steht hier etwas im Hintergrund. Also es ist vor allen Dingen dieser extrem steife Gang. Die Rezeptur dazu leitet dann natürlich Feuchtigkeit aus. Sie nährt und bewegt Schühe und wärmt die Meridiane. Insgesamt neigt das fixierte Bi-Syndrom dazu, chronisch zu werden. Letztlich übersetzt in westliche Sprache bedeutet das beginnende und dann einsteifende Arthrosen. Die Symptomatik nach TCM ist ein weich, sanfter Puls, also der sich anfühlt wie feuchte Erde, der langsam ist. Die Zunge hat einen schmierigen Belag und zeigt so die Feuchtigkeit an. Kommen wir zum zweiten Punkt, zur Zusammensetzung der Rezeptur. Wie in der TCM üblich, hat diese Rezeptur Kaiser, Minister, Assistenten. Sie hat keinen Übermittler. Die Kaiser-Droge, und das ist diejenige, die die Hauptwirkung der Rezeptur ausmacht, ist hier die namensgebende Droge Jehi-Ren. Das sind die Samen von Hiobs Tränengras. Jehi-Ren leitet Feuchtigkeit und Hitze aus. Sie stärkt den Milz-Pankreas-Funktionskreis und reduziert Krämpfe und Schmerzen. Die Minister in dieser Rezeptur unterstützen jetzt wie üblich den Kaiser in der Wirkung. Wir haben hier als erstes bei Zu, das ist der Wurzelstock von großköpfigem Speichelkraut. Auch diese Kräuter-Droge leitet Feuchtigkeit aus und stärkt das Milz-Pankreas-Chi, um ebenso beim Milz-Pankreas zu bewirken, dass es auch Feuchtigkeit ausleitet. Dann haben wir Dangui, das ist die Wurzel von Angelica sinensis oder dem chinesischen Engelwurz. Sie nährt und bewegt Schühe. Dangui ist immer dabei, wenn es irgendwie um Schühe geht. Dann haben wir bei Shao, das ist die Wurzel der weißen Pfingstrose. Auch sie nährt Schühe. Und dann haben wir Guzi, das sind die Zweige von Kassia-Zimt. Diese bewegen Schühe und wärmen die Meridiane. Dann haben wir noch zwei Assistenten in der Rezeptur. Das ist einmal Zigan-Zhao, das ist in Honig geröstete Süßholzwurzel. Sie tonisiert Qi und Schühe und trägt so natürlich zur Beweglichkeit bei. Und dann haben wir noch Shengjiang, das ist frisches Ingwer-Rizom. Das wärmt den Milz-Pankreas-Funktionskreis, ist also gut für die Verdauung. Und wie gesagt, die Rezeptur hat keinen Übermittler. Wann also empfehle ich Jiren Yautang sehr gerne? Es geht hier um beginnende Arthrosen, die dann später komplett einsteifen. Und was kann das heißen? Das ist beim Pferd zum Beispiel im Sprunggelenk der Spat oder in den Zehengelenken, vor allen Dingen im Kronengelenk die Schale. Und wir haben natürlich auch solche einsteifenden Arthrosen, zum Beispiel in den Zehengelenken bei Hunden. Und bei Hunden ist es auch ein Thema, die beginnende Spondylose. Wie gesagt, das fixierte B-Syndrom ist der Einstieg in der Regel in die chronische Situation, dann bei fortschreitendem Alter, bei alten Tieren. Und für diese chronische Situation bei alten Tieren gibt es noch eine andere Rezeptur, das ist YT64, die habe ich hier gesprochen. Und hier findet ihr die verschiedenen B-Syndrome dargestellt, die in der Tierheilpraxis vorkommen. Und ich lade noch viel mehr Videos hoch. Abonniert meinen Kanal.